Nach langer Zeit. Hallo zusammen. Und danke, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Zeit, die euch angezeigt wird, erschreckt euch nicht gleich ab. Ja, es wird wahrscheinlich ein längeres Video. Ich weiß nicht, wie lange die Endversion jetzt werden wird, weil es noch nicht zusammengefügt ist. Lasst euch überraschen. Guckt es auf zwei, drei Mal an, wenn ihr euch dafür interessiert oder wenn euch die Themen interessieren, die ihr eingeblendet seht. Denn Market Cap ist ein sehr ausgedehnter Bereich und dauert wahrscheinlich am längsten. Von daher könnt ihr auch natürlich schon an dem Zeitpunkt abschalten. Ansonsten bleibt auch gerne bis zum Schluss dran. Inklusive Labor Part, den könnt ihr schon mal abziehen. Der ist, glaube ich, vier, fünf Minuten lang oder so. Das ist mehr so nebenbei Informationen, die nicht relevant sind für dieses Video. Das gleich zur Vorwarnung. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir, dass wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Genießt euren Sonntag. Vielleicht auch unter anderem mit diesem Video. In der Vergangenheit hatte ich euch immer mit der aktuellen Aktienanzahl bei AMC versorgt. Insbesondere in diesen Zeiträumen, wenn kein offizielles Filing eine Gesamtzahl angebt. Das will ich weiterhin tun. Mit Tradition sollen wir ja nicht brechen. Und aktuell liegen wir bei 263 Millionen Aktien. Nach meinen Berechnungen. Das kann falsch sein. Es ist die höchste Zahl, die ich soweit sehe. Andere geben oftmals 250 Millionen, 254 Millionen an. Ist aber schon mal gut. Die Zahlenwerte wurden auch von vielen Plattformen mittlerweile in die richtige Richtung angepasst. Und oftmals stimmt damit auch die Marktkapitalisierung wieder. Der Short Interest stimmt. Das Ganze wird dann auch nochmal wichtig, wenn es um die Earnings geht. Und zum Beispiel die Earnings per Share und ähnliche Kennzahlen. Was eine geile Überleitung zum nächsten Themenpunkt. Denn, ich glaube zwar nicht, dass es an irgendjemand vorbeigegangen ist, aber am Mittwoch, dem 28. Februar um 23 Uhr findet der gewohnte AMC Webcast statt, bei dem dann die Ergebnisse für das Quartal 4 2023, aber auch die Jahresergebnisse 2023 von Sean Goodman, dem CFO und Adam Aaron CEO bekannt gegeben werden. Erfahrungsgemäß werden wir alle etwas früher zwischen 22 Uhr und 22 Uhr 30 durch eine entsprechende Mitteilung über die Ergebnisse informiert. Derlei Events des Unternehmens heißen ja oft auch Livestream. Bei mir dieses Mal leider nicht, zumindest nicht in der gewohnten Form. Ich bin da noch bei der Arbeit oder auf dem Rückweg von der Arbeit, daher will ich da keinen regulären Livestream auf die Beine stellen können. Was ich eventuell machen werde, ist dem Webcast einfach streamen. So kann man ihn ohne weiteres hier auf dem Kanal abrufen. Und zudem versuche ich auch wieder da ein Live-Transkript zu liefern. Das heißt, dass man so ein bisschen mitlesen kann, gerade für diejenigen, die gesprochenes Englisch nicht so gut verstehen. Oder wenn Adam Aaron mal wieder die Schokobretzeln snackt, hilft das dann manchmal doch etwas. Das hat sich beim letzten Mal eigentlich bewährt, zumindest nachdem das Transkript dann auch funktioniert hat. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es zeitlich reicht. Ich werde schauen, wie wir es machen können. Und natürlich werden wir nach dem Event das Ganze hier auf dem Kanal auch nochmal thematisieren. Wichtig, gerade für diejenigen, die unzufrieden sind. Sei es mit dem Board, mit dem CEO, mit dem Aktienkurs, mit den Ergebnissen, mit den Entscheidungen, die die AMC fällt. Es gibt für euch die Möglichkeit, zwischen dem 20. Februar und dem 27. Februar eure Fragen einzureichen. Diese werden dann auf dem Earnings Call thematisiert. Fühlt euch animiert, eure Fragen zu stellen. Denn das zeigt dem Unternehmen, dass ihr interessiert seid. Dass ihr von mir aus, auch wenn ihr es so formulieren wollt, dem Board auf die Finger schaut, was hier getan wird oder was vielleicht nicht getan wird. Und darum nehmt diese Möglichkeit doch bitte wahr. Es bringt nichts, auf Twitter, Telegram oder in irgendwelchen Foren zu schimpfen. Dann stellt eure Fragen direkt an diejenigen, die die Entscheidungen treffen und die mit euch kommunizieren. Wichtig bei der Geschichte ist, dass, in Anführungsstrichen vielleicht auch leider, nur Themen angesprochen werden oder beantwortet werden, die im Zusammenhang mit den Quartalsergebnissen oder auch den Jahresergebnissen zusammenhängen. Also müsst ihr versuchen, eure Frage dahingehend zu stellen. Dann habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch tatsächlich thematisiert wird und beantwortet wird. Alles andere, was nicht zu dieser Thematik zählt, wird wahrscheinlich durch das Raster fallen. Aber, wie gesagt, ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit. Macht euch Gedanken, stellt eure Fragen, wartet auf den Link, der dann vermutlich zu diesem Frageformular führt und nutzt diese Gelegenheit bitte. Natürlich beachtet man bei Aktien wie AMC auch die leerverkauften Aktien, den Short Interest. Darum sind euch diese Ortex Screenshots sicherlich nicht unbekannt und auch diese Werte prinzipiell ein Begriff. Oftmals findet dieser Wert hier Beachtung, der Short Interest, in Anzahl der geschorderten Aktien. Ortex gibt hier eine Schätzung aus von ca. 30,2 Millionen Aktien. Auch in der Community wird nun oftmals dieser Wert genommen, verglichen mit Werten vor dem Reverse Split. Haben wir alle noch im Hinterkopf. Wenn wir auf Werte vor dem Reverse Split gehen, muss man ja einfach nur die Dinge mal 10 rechnen und die Welt ist wieder in Anführungsstrichen in Ordnung. So kommen dann viele auf die Annahme, hey, wir haben vor dem Reverse Split gerechnet über 300 Millionen leerverkaufte Aktien. So viel gab es ja noch nie bei AMC, das ist ein gutes Zeichen. Squeeze steht bevor, etc. pp. Kennt ihr alles. Ihr könnt es euch vorstellen, das Ganze greift natürlich zu kurz und ich will euch erklären, warum. Spoiler Alarm oder wir nehmen das Ende vorweg, denn Ortex kommt seiner Aufgabe eigentlich auch schon nach und gibt ebenfalls den viel vergleichbareren Wert aus und sagt uns im prozentualen Short Interest, gemessen am Free Float, wie viele Aktien leerverkauft sind. Leider findet dieser Wert teilweise keine Beachtung. Um das Ganze grafisch darzustellen, hier ein kleines Schaubild. Zur Erklärung, alle Zahlen sind von Ortex übernommen, daher finden wir hier auch diese Abweichung beim aktuellen Float oder den Outstanding Shares. Aber ich wollte jetzt nicht meine Zahlen noch mit reinmixen, weil sonst ist der Vergleich vielleicht hinkt dann irgendwo. Daher alle Zahlen von Ortex. Im linken Teil stand 2023, zwei Tage vor dem Reverse Split und somit auch kurz vor der Umwandlung. Hier hatten wir bei den MSC-Aktien einen Float von 516 Millionen, laut Ortex aktuell 250 Millionen. Diese Zahlen sind vom 9. Februar, also die aktuellsten Ortex-Zahlen, die zu finden sind. Damals waren es 143 Millionen leerverkaufte Aktien. Das entsprach gemessen am Float, einem Short Interest prozentual von 27,8%. Jetzt aktuell, wie wir gesehen haben, ein Short Interest von circa 12%, das den 30,2 Millionen Aktien entspricht. Und Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte, wem die Prozentzahlen nicht reichen. Hier sieht man dann einfach schon mal den Unterschied, der sich da ergibt, durch einfach diese geänderten Zahlen am Float an den Outstanding Shares. Ich weiß, dass viele meiner Zuschauer gerne auch mal um die Ecke denken und sich weitergehende Gedanken machen. Und gerade für diejenigen möchte ich dann auch den nächsten Vergleich kurz aufzeigen. Denn vor der Umwandlung heißt, wir hatten AMC und wir hatten Ape. Und wie sieht es aus, wenn man diese beiden Werte zusammennimmt? Das heißt, wir rechnen den Float von AMC und rechnen den Float von Ape, kommen dann auf circa 1,5 Milliarden Aktien. Dann nehmen wir die leerverkauften Aktien von AMC und die leerverkauften Aktien von Ape, rechnen sie zusammen. Das war der damalige Stand, 216 Millionen. Gemessen an diesem kombinierten Float lagen wir damals bei 14,3%. Das Ganze ist schwer zu vergleichen. Hinkt dann vielleicht auch ein bisschen, weil es bei diesen leerverkauften Aktien ja eigentlich dann auch oftmals um eine Klasse an Aktien geht. Denn wenn zurückgekauft werden muss, dann betrifft das eben im Regelfall zumindest eine Aktie und nicht irgendeine Kombination aus beiden. Wie gesagt, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber anbringen und das Ganze aufzeigen. Denn kurzzeitig hat es mich interessiert, wie es aussieht. Aber man sieht auch da vielleicht einfach so den Vergleich, der ja doch relativ dem aktuellen Stand nahe kommt. Aber jetzt eben nur noch auf eine Aktie konzentriert ist. Einerseits tut es mir ja leid, dass ich jetzt mit einem großen Aber kommen muss. Andererseits ist es eben so extrem wichtig, gerade auch solche Fälle dann nochmal durchzugehen oder darauf hinzuweisen. Auch der prozentuale Short-Interest ist natürlich nicht fehlbar und auch Ortex und deren Datengrundlage ist nicht fehlbar. Kurz zur Einführung. Wir haben hier ein Beispiel, auch vom Freitag ein Unternehmen, die Bolero Corporation. Hier gibt Ortex aus einen prozentualen Short-Interest am Free-Float gemessen von 101%. Kurz gesagt, es waren offenbar mehr Aktien leer verkauft, als überhaupt am Markt sind oder frei verfügbar sind. Bei einigen kommen dann vielleicht schon GameStop-Vibes auf, denn auch damals bei der GameStop-Saga war es so, dass offenbar mehr Aktien leer verkauft waren, als überhaupt verfügbar waren. Und ja, es gibt bestimmt Menschen, die auf dieser Grundlage ein spekulatives Investment treffen und hier einsteigen, weil sie sagen, hier muss es knallen, hier kommt der MOAS, hier kommt der Short-Squeeze, was auch immer. Und auch wenn es nicht direkt AMC betrifft, möchte ich trotzdem noch ein bis zwei Minuten diesem Fall hier widmen, denn mir ist es wichtig und das ist auch Ziel dieses Kanals, euch das richtige Handwerkszeug auf den Weg zu geben oder zu zeigen, wo könnt ihr nachschauen, auf was kommt es an und diese Zeit hoffentlich nehmt ihr euch noch kurz. Schaut bitte in die Unternehmens-Filings, so wie bei diesem Unternehmen. Wir sehen hier beispielsweise beim aktuellsten Filing dieses Unternehmens, dass sie zwei verschiedene Hauptaktienklassen haben, einmal Class-A-Aktien und Class-B-Aktien und zudem gibt es dann eben noch entsprechende Vorzugsaktien, kennen wir sogar auch alles von AMC, zumindest aus der Vergangenheit. Ebenfalls findet man im Filing einen Hinweis auf ein Aktienrückkaufprogramm, auch das schwebt ja bei AMC so ein bisschen in manchen Köpfen herum. Das heißt, das Unternehmen kauft aktiv Aktien zurück, wodurch sich natürlich auch die Outstanding Shares beziehungsweise der Free-Float entsprechend ändert und greift bitte auch auf freie, kostenfreie Plattformen wie beispielsweise Fintel zurück. Da seht ihr dann auch nochmal eine Anzahl von Outstanding Shares, die hier angegeben wird. Ihr seht die Insider-Shares, ist wichtig dann einfach für den Free-Float und ihr seht dann die offiziellen Short-Indress-Daten, natürlich mit der gewohnten Verzögerung, aber so könnt ihr dann selber überprüfen, ist da was dran, ist da weniger dran, lasse ich es bleiben oder steige ich spekulativ ein. Kurzes Fazit zu diesem Fall, Fehler bei Ortex, Fehler bei den zugrunde liegenden Daten und daher alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Damit können wir dann auch wieder MC-spezifisch werden und uns den Kursbewegungen der letzten Wochen und Monate widmen und da nochmal ein bisschen rekapitulieren. Warum könnten wir nun dastehen, wo wir jetzt stehen? Und dazu gibt es hier eine kurze Auflistung der Punkte, die aus meiner Sicht für den aktuellen Aktienpreis ausschlaggebend sind und waren. Viele dieser Themen hatten wir mehrfach schon diskutiert, sehr ausgiebig auch. Wir versuchen trotzdem nochmal so zu rekapitulieren. Logischerweise die Zusammenlegung von Ape und AMC von zwei Aktien in eine Aktie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass hier eine Neubewertung des Kurses stattgefunden hat. Anders ist es gar nicht möglich. Zudem, wie wir wissen, hat AMC die mögliche Anzahl an Aktien auch nochmal erhöht. Dadurch waren ja auch diese neuerlichen Verkäufe möglich. Da hatte ich da so ein bisschen geschrieben, dass es eine passive oder insgesamte Erhöhung der Aktienanzahl ist. Und es noch nicht heißt, dass diese Aktien ausgegeben werden, aber natürlich wird sowas dann auch mit eingepreist, insbesondere wenn man beachtet, wo AMC wirtschaftlich eben auch steht. Genauso hatten wir aber auch den aktiven Verkauf von Aktien. Wir hatten die zwei größeren At-the-Market-Offerings, was aber genauso noch einen Einfluss auf den Aktienkurs haben sollte, wenn auch nicht wirklich messbar vielleicht. Es gibt ja immer wieder Analysten, die eine Aktie bewerten und darüber wird sich dann oft lächerlich gemacht, was die denn für Kurse ausloben. Und natürlich liegen die auch nicht immer richtig, aber dieses Sentiment hat eben doch auch irgendwo Einfluss, insbesondere wenn es jetzt eben nicht Hampel-Pump-Pampel sind, die da eine Bewertung treffen, sondern eben Analysten, die beispielsweise dieses Unternehmen seit Jahren begleiten. Bei AMC wäre das Redbush Securities, wenn es mich nicht täuscht, oder B-Riley und Ähnliche, wenn die eben Kursziele ausgeben, dann weiß die Branche, okay, die sind relativ nah dran am Unternehmen und beachten das eben schon über eine Zeit lang hinweg. Genauso hatten wir seit August oder September letzten Jahres den Schauspielerstreik hier thematisiert. Damals war es vielen zu negativ oder es hieß, es wird alles nicht so schlimm. Ja, seit Wochen redet man eigentlich über nichts anderes als die Auswirkungen des Schauspielerstreiks. Von daher, man hat es eigentlich mehr oder weniger gekommen, aber natürlich ist es schwer greifbar immer in diesem Augenblick, was es für spätere Auswirkungen hat. Und natürlich die Box-Office-Zahlen insgesamt sind natürlich das Kerngeschäft von AMC und diese sind klar durch diesen Schauspielerstreik betroffen, aber nach wie vor noch durch diese, wie soll man sagen, Aufteilung potenzieller Zuschauer auf Streamingdienste und eben die Kinos und das Box-Office insgesamt. Die Filmlandschaft verändert sich eben doch immer weiter und teilweise eben auch vielleicht in falsche Richtungen und daher kommen eben einfach nicht mehr so viele Zuschauer, weil einfach die Filme grottenschlecht sind. Aber das ist ein ganz großes anderes Thema. Wie gesagt, wir wollen ja beim Thema bleiben und schauen nochmal auf den Kurs. Viele der gerade angesprochenen Punkte sehen wir hier wieder. Der Tagesschart. Diese orangene Linie beschreibt den 14. Juli 2023. Hier hinten haben wir den 10. April 2024. Den 14. Juli habe ich hier noch mit drauf, weil hier der Schauspielerstreik begonnen hat. Dieser endete dann am 9. November. Und bleiben wir bei dem Thema. Wie gesagt, natürlich hat der entsprechende Auswirkungen mehr oder weniger schon ab diesem Zeitpunkt. Wir hatten es thematisiert. Es geht auch um die ganze Promotion für Filme und so weiter. Sagen wir mal, wir haben hier noch ein bisschen Verzögerung drin nach Ende des Schauspielerstreiks. Es läuft nicht sofort wieder an. Und dann kann man vielleicht eine Milchmädchen- und Milchjungenrechnung betreiben und sagen, okay, solange wie der Streik angedauert hat, könnte man dann auch noch annehmen, dass die Auswirkungen andauern. Ich glaube, das passt auch so einigermaßen. Und man kann sagen, die Auswirkungen vom Streik sind auf jeden Fall noch deutlich spürbar bis ins Frühjahr 2024 hinein. Und dann sollte sich die Lage so langsam wieder normalisieren. Wobei, ich hatte es damals erwähnt, das ist eine Industrie und da braucht es entsprechende Ketten, die wieder anlaufen müssen, bis dann doch alles wieder im normalen Betrieb läuft. Der Juli und August 2023 war dann eben auch geprägt durch den Gerichtsprozess. Durch die gegebenenfalls Unsicherheit findet die Umwandlung überhaupt statt von Ape in AMC. Und natürlich hat der Kurs dann auch immer entsprechend reagiert, bis eben letztendlich dann auch klar war, diese Umwandlung wird stattfinden. Es wird zum Reverse Split, zur Umwandlung kommen und zur Erhöhung der Aktienanzahl. Am 14. August wurde dann auch angekündigt, AMC wird zu Beginn ein At-the-Market-Offering starten von 25 Millionen Aktien, dass die auf dem Markt verkauft werden. Später wurde dieses ATM dann erhöht auf 40 Millionen Aktien und entsprechend reagierte der Kurs auch jedes Mal auf diese Nachrichten. Der nächste ausschlaggebende Punkt aus meiner Sicht war dann auch hier im November, am 9. November, das neue At-the-Market-Offering in Höhe von 350 Millionen Dollar. Letztendlich wurden damit 48 Millionen Aktien verkauft. Der Dezember stand dann weitestgehend unter dem Einfluss der Private Offerings, denn durch diese, insbesondere durch diese Equity Swaps, also da wurden die Aktien gegen Schulden getauscht, wurden 16,5 Millionen Aktien ausgegeben. Bei diesen ATMs, aber auch bei diesen Private Offerings, ist eben zum einen ausschlaggebend, dass die Aktienanzahl sich erhöht. Das hat Einfluss auf die Marktkapitalisierung und dieses Thema machen wir jetzt gleich noch im Anschluss sehr ausführlich. Aber natürlich ist auch hier das Thema Angebot und Nachfrage ausschlaggebend. Wir haben in diesen Zeiten, insbesondere beim ATM, ein erhöhtes Angebot und da ist eben die Frage, wie ist die Nachfrage? Bei den Private Offerings wissen wir letztendlich nicht, haben die Käufer dieser Aktien die Aktien behalten oder wurden diese dann im weiteren Verlauf auch auf dem Markt verkauft und haben damit für zusätzliches Angebot gesorgt. Wie erwähnt, werden wir jetzt nochmal auf das Thema Marktkapitalisierung eingehen und zur Marktkapitalisierung gehört einfach der Kurs und die Aktienanzahl. Und das zu verstehen, finde ich ganz wichtig, daher möchte ich da nochmal einen Abschnitt widmen. Wir schauen uns noch an, wie AMC da im Vergleich zu Cinemark, dem größten und wichtigsten Marktbegleiter steht. Wer hier schon entsprechende Kenntnisse hat und denkt, da kann er nichts mehr Neues hören oder sehen, der kann an dieser Stelle gerne abschalten. Klingt komisch, ist aber so. Um alle abzuholen, weil es ist auch schnell erklärt und einfach zu verstehen eigentlich, Marktkapitalisierung besteht aus Aktienanzahl mal dem Aktienkurs, diese Rechnung ergibt dann die jeweilige Marktkapitalisierung. Hier auch nochmal die beiden Faktoren, Kurs und Aktienanzahl. Im Beispiel sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde. Das kann sich beispielsweise zusammensetzen aus 250 Millionen Aktien, die zurzeit 4 Dollar wert sind oder 325 Millionen Aktien, die 3 Dollar 8 wert sind. Wir bleiben bei dem Beispiel und münzen es etwas um. Das Unternehmen, das wir betrachten, hat beispielsweise eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde. Wie gesagt, Kurs 4 Dollar und Aktienanzahl 250 Millionen Aktien. Nun wird Kapital benötigt und das Unternehmen entscheidet sich dazu, 75 Millionen Aktien in einem ATM, at the market offering, zu veräußern. Rein anhand dieser Daten, wenn man wirklich nur die Marktkapitalisierung sieht, wäre es also gerechtfertigt, wenn der Kurs um 23 Prozent sinkt, auf 3,08 Dollar, da die Aktienanzahl entsprechend gestiegen ist. Und diese Prozentzahl habe ich einfach auch nochmal angebracht, dass man diese prozentuale Steigerung der Aktien nicht direkt auf den Kurs anwenden kann. Also es ist nicht 23 Prozent hier und 23 Prozent da oder 30 hier und 30 da. Somit haben wir auch schon mal eine Erklärung, weshalb es bei AMC durch mehr Aktien zu einem niedrigen Kurs kommen könnte, wenn der Markt rein nach dieser Marktkapitalisierung gehen würde. Und Plot Twist, er tut es nicht. Es ist ein Faktor, der mit einer Rolle spielt, der verglichen werden kann, aber der nicht alleine ausschlaggebend ist. Nun schauen wir uns den Vergleich zwischen Marktkapitalisierung AMC an und Cinemark, Stand 9. Februar 2024. AMC mit einer ungefähr Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden Dollar, Cinemark mit 1,83 Millionen Dollar. Wie teilt sich das Ganze auf? In dem Fall hat AMC einen Kurs von 4,38 Dollar und ca. 263 Millionen Aktien. Das ergibt die 1,15 Milliarden und bei Cinemark 1,83 Milliarden als Marktkapitalisierung, bestehend aus dem Kurs 15,04 Dollar und 121 Millionen Aktien. Daher hinkt natürlich auch definitiv dieser Vergleich, wieso ist Cinemark 15 Dollar wert? Wieso wird das so höher bewertet? Wird es gar nicht, aber man muss eben auf die Marktkapitalisierung gucken und nicht nur auf dem Kurs eigentlich recht logisch, aber man sieht es jede Woche einmal, so ungefähr, wenn man auf einigen Medien unterwegs ist. Und ja, daher bitte immer das Ganze in Relation setzen. Logischerweise sind beide Unternehmen im Kinosektor tätig und daher grundsätzlich allgemein gesprochen mal vergleichbar. Aber da spielen ganz viele Faktoren mit rein, die manche Vergleiche hinken lassen oder Vergleiche schwer machen. Gehen wir einfach davon aus, für ein hypothetisches Beispiel, wir sind der Ansicht, AMC müsste eigentlich von der Marktkapitalisierung her gleichstehen wie Cinemark. Wie würde sich das äußern oder wie würde sich das darstellen? Der Kurs von AMC müsste in Anführungsstrichen lediglich auf 6,95 Dollar steigen und erreicht dann die Marktkapitalisierung 1,83 Milliarden. Hier nicht wirklich im Maßstab gerecht dargestellt, wie sich das Ganze dann eben zusammensetzt. Das war quasi das Beispiel auch aus dem ersten Schaubild. Und bei AMC ist eben einfach die Aktienanzahl höher, daher muss der Kurs kleiner sein oder kann der Kurs kleiner sein. Und bei Cinemark ist beispielsweise hier dann eben der Kurs der größere Faktor und die Aktienanzahl der kleinerwertige Faktor. PS, ja das Wort kleinerwertig gibt es so im Sprachgebrauch nicht, ist gerade aus meiner Fantasie heraus entstanden, aber ich glaube ihr wisst, was damit gemeint war. Bei dem Text. Und zurück ins Jahr 2023. AMC hatte oftmals in diesem Zeitraum ein Market Cap zwischen, zumindest im ersten Halbjahr, zwischen 4 und 5 Milliarden Dollar und damals noch kombiniert aus Ape und AMC. Ohne zu bewerten, ob das jetzt gerechtfertigt war damals oder nicht oder jetzt wieder gerechtfertigt wäre, schauen wir uns einfach nur mal kurz an, was der Kurs da machen müsste. Er müsste auf 15,20 Dollar steigen und dann wären wir kurstechnisch, was vielleicht manchen helfen würde, gleich wieder bei Cinemark. Aber ja, man sieht es eben hier im Schaubild. Cinemark wäre dann von der Marktkapitalisierung her eben viel kleiner, auch wenn der Kurs gleich ist und eben genau solche Dinge muss man beachten. Manchmal ist es schön, wenn man zum Schluss eines Videos, eines Themas, ja thematisch dann nochmal an vorherige Punkte anknüpfen kann. Das wollen wir jetzt auch versuchen mit einer weiteren interessanten Vergleichskennzahl, und zwar dem Short Interest. Wir wissen, bei AMC liegt er bei 12% Ortex-Schätzung und bei Cinemark dürfte er bei ca. 24% gelegen haben nach den letzten börsengemeldeten Zahlen. Ich meine, dass er mittlerweile höher liegt bei ca. 28% Ortex-Schätzung, falls da jemand zufällig gerade die aktuellen Ortex-Zahlen parat hat. Gerne in die Kommentare, damit wir alle daran teilhaben können. Und jetzt seid auch ihr gefragt, was ist eure Meinung, eure Spekulationen, euer Bauchgefühl, was ergibt eure Recherche, euer Wissen, eure Erfahrungen. Warum könnte der Short Interest von Cinemark so deutlich höher liegen als bei AMC? Warum setzen die Marktteilnehmer stärker darauf, dass Cinemark im Kurs fallen wird und weniger auf den Kursverfall bei AMC? Hat AMC seinen Boden erreicht und ist daher ein weiterer Kursverfall nicht so wahrscheinlich? Oder ist vielleicht Cinemark überbewertet mit einer Marktkapitalisierung und einem Kurs, den wir hier sehen? Denn es muss ja, oder man wünscht sich ja eine logische Erklärung. Ich bin auf eure Erklärungen, eure Meinungen gespannt, natürlich auch allgemein auf eure Kommentare. Und das ist ernst gemeint, das ist keine Engagement-Farming-Frage, dass ihr die Kommentare vollknallt, sonst würde ich euch einfache Fragen stellen. Also keine Angst, denn es interessiert mich wirklich und ich mache mir, während ich spreche, auch Gedanken drüber und hatte dann noch so eine Vermutung in Bezug auf die institutionellen Inhaber von Cinemark, die, wie ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, da definitiv in Anführungsstrichen der Überzahl sind. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ich gucke mal kurz nach, ob man daraus irgendwie noch einen Punkt formen kann und musste schmunzeln. Vorhin hatte ich noch auf Fintel verwiesen, dass man auch sich da die Informationen holen kann. Und jetzt sehe ich dann sowas, also Cinemark und wir haben hier den Institutional Ownership, der bei 112,95 Prozent liegt. Das heißt, anscheinend haben die institutionellen 134 Millionen Aktien vorliegen und wir wissen, Cinemark hat nur Outstanding Shares von 121 Millionen. Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt vermuten, habe es jetzt auch nicht nachgeguckt, dass eben einige dieser Insider oder Institutionellen als Insider gelten und normalerweise filtert Fintel diese dann entsprechend raus und korrigiert das Ganze. Aber wie man auch da sieht, der Fehlerteufel ist überall verfügbar. Aber das wäre auch noch so ein weiterer Punkt, denn wir schauen immer nur auf AMC, auf GameStop, auf jeder schaut auf die Aktie, die er in Anführungsstrichen lieb hat. Und da fallen dann natürlich auch die Fehler auf. Und ich will nicht wissen, was los wäre, wenn wir das jetzt bei AMC sehen würden. Es wäre der Hinweis auf Naked Shorting, auf weiß Gott was, auf alles Mögliche. Aber dieses Mal ist es eben Cinemark. Und darum, Glitches kommen vor bei jeder Aktie. Und je mehr man eine Aktie beachtet, desto mehr fallen solche Glitches auf, weil man eben auch einfach Zahlen parat hat, Zahlen vielleicht auch auswendig weiß und sieht, wann diese bei bestimmten Plattformen falsch angezeigt werden. Daher darf auch meine Bitte nicht überreagieren, wenn es mal wieder irgendwo einen Glitch gibt oder sowas, sondern versucht herauszufinden, woran es liegt, bringt uns alle weiter, lasst uns wissen, egal auf welchem Kanal, auf welcher Plattform. Ihr seht, das ist eine schwarze Folie. Wir wollen hier enden. Vorerst in Kürze hoffentlich werde ich das nächste Video veröffentlichen. Und daran sieht man auch, dass ich einfach zeitlich ein bisschen hinten dran bin. Denn es sollte auch einen Jahresausblick 2024 geben. Was steht so auf meinem Zettel, worauf spekuliere ich, worauf gebe ich Acht und so weiter. AMC-spezifisch aber auch, was Auswirkungen einfach auf AMC haben könnte. Und eben da auch wieder ein bisschen Kontext, der vielleicht nicht überall, wie soll man sagen, präsent ist oder den man nicht ohnehin vielleicht weiß. Oder wo man einfach nochmal ein bisschen drüber sprechen könnte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn nicht, tut es mir leid. Lasst mir gerne eure Wertung der Aufmachung des Videos per einfachen Daumen hoch, Daumen runter da. Und ansonsten Details gerne in die Kommentare. Bin gespannt. Ich hoffe, es war nicht zu einfach und zu allgemein gehalten manchmal. Aber ihr werdet es mich bestimmt wissen lassen. Damit sind wir mit dem allgemeinen Teil durch. Und daher nicht vergessen, abschalten. Damit noch kurz dann zum Laber-Part. Wie gesagt, es wird nichts mehr AMC oder sehr AMC-spezifisches geben, was jetzt an euch vorüber geht. So, und da jetzt nur noch der sehr harte Kern übrig ist, oder vielleicht gar keine mehr, wer weiß. Habe ich auch keine Schmerzen mehr, das hier einzublenden, weil ich weiß, euch stört es nicht. Wenn ich da nochmal auf die Möglichkeit hinweise, um diesen Kanal, um die Arbeit dahinter, die Zeit, die Ausgaben, die damit verbunden sind, darauf hinzuweisen. Danke auch für alle, die das in der Vergangenheit wahrgenommen haben. Und ja, damit auch der Community insgesamt dann vielleicht weiterhelfen. Zumindest, wenn ich dann ein Video produziere, das hilfreich ist. Danke. Ansonsten auch danke, dass ihr jetzt, wie gesagt, nach dieser Zeit wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, die Intervalle werden gerade gefühlt immer länger oder so. Ist eben einfach, weil andere Schauplätze auch noch viel Aufmerksamkeit und Zeit bedürfen. Und ja, man kann sich eben schlecht teilen. Leider, ich habe es zumindest noch nicht geschafft. Aber wer weiß, auch das sollte irgendwann wieder besser werden. Beziehungsweise, ich arbeite ja im Hintergrund auch nicht nur an einem Thema, sondern an mehreren Themen. Das heißt, auch andere Videos sind in Vorbereitung. Und ja, vielleicht geht es dann auch mal schnell. Beziehungsweise, ich bereite mich auch auf Dinge vor, die nach meiner Vermutung zeitnah kommen werden oder mittelfristig kommen werden. Und ja, auf den Tag X möchte ich dann vorbereitet sein, um dann auch ein Video oder auf welche Form auch immer reagieren zu können und weiteren Kontext vielleicht liefern kann, Hilfestellung geben kann, wo es mir eben möglich ist. Und ja, das sind einfach so Themen, die gerade aktuell anliegen und im Hintergrund laufen, was man eben so nicht mitbekommt. Ansonsten wisst ihr eigentlich auch alle, wo ich zu finden bin, auf welchen Plattformen. Und da wisst ihr eigentlich auch, dass ich nach wie vor aktiv bin. Aber definitiv gibt es Bereiche, die leider viel zu kurz kommen mittlerweile und wo ich ja auch schauen muss, wie ich das irgendwie auf die Kette bekomme, dass das eben nicht mehr so ist. Mal schauen. Jo, ansonsten, wie gesagt, ich würde mich gerne in Form eines Livestreams mal wieder austauschen. Zumindest auf die Variante, aber bei dem Earnings Call geht es nicht. Zudem bin ich ja nach wie vor noch kein so ein Livestream-Fan, aber mehr auf der Empfängerseite, also auf eurer Seite. Ja, weil gerade diese Ams und so weiter, die kosten alle Zeit, die sind alle im Livestream mit drin, beim Video eigentlich weniger, weil man dann eben doch nochmal neu aufnehmen kann oder so. Und ja, daher ist es viel tote Zeit oder man sucht was raus. Und zudem die technischen Probleme beim letzten Mal, die nerven mich immer noch so ein bisschen retrospektiv. Es gibt aber hier auf dem Land eben leider keinen Anbieter, der das hinbekommt, da irgendwie eine stabile Leitung zu legen. Und ja, genauso will ich das nicht für euch, dass ihr da mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen habt und so weiter. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Und ja, bevor man irgendwas schlecht macht, sollte man es vielleicht gar nicht machen. Vielleicht versuche ich es nochmal, aber dann mit einer entsprechenden Warnung, dass jeder weiß, auf was er sich da einlässt oder auch nicht. Wobei, ja, mit dem alten Anbieter ging es dann auch ein bisschen besser als mit dem testweisen Anbieter. Von daher, mal schauen, wie wir es machen. Jo, ich möchte auch diesen Laber-Part gar nicht zu lang machen, weil ehrlich gesagt muss ich jetzt auch mal ins Bett. Ich hatte Nachtschicht und ihr merkt, ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen mal in der Birne. Und von daher wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr bis zum Schluss gehört habt und auch nach der Zeit wieder eingeschaltet habt und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch auf euer hattes Kern-Feedback, hatter Kern-Feedback. Feedback des harten Kerns, so rum ist wahrscheinlich besser. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.